Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein neues Toy vom Nobelgarten-Event. Und zwar ist da mit dem Jahr 2023 wieder mal ein Spielzeug dazugekommen. Und dieses können wir uns bei verschiedenen Händlern jeweils in diesen ersten Startgebieten kaufen. Zum Beispiel in Azurwacht ist da ein Händler oder in Elvin bei der Allianz. Man kann aber auch in Karanostes kaufen, beziehungsweise das Hordler, dementsprechend in Durotar oder in Brill müsste es bei den Untoten auch der Fall sein. Also in diesen ganzen ersten Startlegern ist quasi dieses Nobelgarten-Fest. Die Aufzählung war nicht abschließend, da gibt es noch wesentlich mehr, aber das nur so als Beispiel. Was müsst ihr dafür machen? Naja, während des Nobelgarten-Events, das seht ihr auch hier im Kalender einmal, wann das genau ist. Das ist jetzt dieses Jahr quasi etwa eine Woche und einen Tag, wobei da ist es um 10 Uhr zu Ende, also es ist etwa eine Woche lang. Und da könnt ihr so kleine Eier aufmachen. Das können wir uns jetzt mal angucken. Und zwar liegen die hier über, da liegt so ein Ei, das können wir dann einfach anklicken. Und wenn wir das angeklickt haben, dann bekommen wir ein Item. Und dieses Item, bunt gefärbtes Ei, das können wir aufmachen. Und da ist dann einfach so eine Schokolade drin. Und die Schokolade ist quasi unsere Währung und mit dieser Währung können wir verschiedene Sachen schon in der Vergangenheit kaufen, beziehungsweise jetzt auch ein neues Spielzeug. Und ihr seht, die liegen hier komplett in dem Lager rum. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, in der Zuwach zu farmen, weil hier, wie ihr seht, ist keiner. Ich habe ein Wormut angemacht, da ist es eine relativ entspannte Sache. Ich denke mal, in Goldshire sollten da wesentlich mehr Leute sein und ihr wollt halt einfach weniger Konkurrenz haben. Was auf jeden Fall Sinn macht, so ein bisschen die Grafik runterzustellen. Dann sind nämlich die Texturen der Sträucher und allem Möglichen nicht so hoch. Und dann seht ihr die Sachen einfach leichter. Also wenn ihr die Grafik ein bisschen runterstellt, gereicht es euch da zu einem gewissen Vorteil. Gut, wir brauchen insgesamt 200 von dieser Schokolade. Da farmt ihr, ja, so eine Stunde, eineinhalb würde ich jetzt mal grob schätzen. Und dann können wir einfach bei dem Händler hier unser Item kaufen. Und zwar, das ist das Neue, ein Drachenkorb mit Eiern. Und was macht das? Stattet den Drachen aus, stattet den Drachen, auf dem ihr reitet, mit einem festlichen Korb aus. So rum, genau. Das kostet 200 Eier, wie gesagt. Und das können wir uns einmal kaufen. Hier beim Händler gibt es natürlich aus den vergangenen Jahren auch noch einen Haufen T-Mock-Items. Beziehungsweise auch verschiedene Toys, auch einen Mount. Das könnt ihr am Aha verkaufen. Hier jetzt gerade Marktwert 40k. Im Schnitt auf der EU ist es sogar 60k-Wert. Hier auf dem Server ist es anscheinend ein bisschen günstiger. Die könnt ihr euch theoretisch auch farmen und dann ein bisschen warten und die irgendwann quasi im Laufe des Jahres, wenn man das hier nicht farmen kann, vielleicht für ein bisschen mehr Gold verkaufen. Gut, das ist jetzt so viel zu dem Händler. Jetzt würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Und zwar vermute ich mal, dass das nur mit dem Drachen geht, den man in Dragonflight hat. Wir setzen es jetzt einfach mal ein. Und ihr seht, die Abklingzeit ist verringert während des Nobelgarten-Events. Das Ding hält eine Viertelstunde, hat normalerweise eine Stunde Abklingzeit. Während dem Nobelgarten ist es anscheinend nur drei Minuten, also ihr könnt es da dauerhaft drauf haben. Das Reitier kann ich jetzt hier nicht aktivieren. Jetzt machen wir mal irgendein anderes Reitier an. Also das ist jetzt hier kein Drache, deswegen denke ich mal, wird das nicht funktionieren. Nein. Ich vermute auch nicht, dass es bei den alten Drachen geht. Wir probieren es jetzt dennoch. Nein, es sieht schlecht aus. Das heißt, wir porten uns jetzt hier einmal weg und schauen mal, ob dann in Dragonflight, das muss ich mal gucken, weil Drachen, ja, das sieht gut aus, ob man es dann auf dem Drachen hat. Also ich vermute mal, das sind nur diese Drachenreit-Drachen tatsächlich. Weil sonst hätten sie ja für quasi alle möglichen alten Mounts da wieder was designen müssen. Und ihr wisst ja, Blizzard ist bei solchen Sachen immer ein bisschen faul. Juti, dann schauen wir jetzt einfach mal, wo wir den Eierkorb hier haben oder ob wir ihn überhaupt sehen. Ähm, ich sag euch ganz ehrlich, ich sehe jetzt hier nichts. Vielleicht muss ich es nochmal neu aktivieren, aber nö. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt hier tatsächlich überhaupt nichts. Es kann natürlich jetzt daran liegen, dass ich meine Grafik ein bisschen runtergedreht habe. Wir machen es jetzt mal auf 8 hoch. Dann sollte da, denke ich mal, was passieren. Und ja, dann werden wir mal sehen. Äh, ehrlich gesagt sehe ich da jetzt keinen Eierkorb. Wir können es mal noch mit den anderen Drachen probieren. Es gibt ja insgesamt aktuell 4 Stück. Nehmen wir mal den Protodrachen. Also, ne. Vielleicht bin ich ja auch blind. Das mag durchaus sein. Aber ich sehe da tatsächlich jetzt, äh, nichts. Ach, ich muss mich in die Lüfte schwingen, steht da. Ah. Okay, man sollte das Ding auch lesen. Der Buff sagt, man muss sich in die Lüfte schwingen. Dann hat er quasi den Korb im Maul. Und wenn ich jetzt lande, ist er wieder weg, oder wie? Ja. Ja gut, warum ist er nicht die ganze Zeit da? Das ist doch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber okay, wir haben das Mysterium gelöst. Aber der hat es jetzt nicht im... Doch, jetzt. Ah, das ist ein bisschen zeitverzögert. Okay. Ja, sieht ganz nett aus. Ist wieder ein Tollmeer. Und ja, dann sind wir tatsächlich auch durch mit dem kleinen Tollguide. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ähm, wenn ihr noch Fragen habt. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tchela. Bis dahin. Ciao.